Die Floris, hallo! Und der Fuat, hallo! Die beiden waren gestern beim Friseur. Wir haben ja so einen Friseur oder eine Friseuse, eine Friseurin, wie auch immer, Hundefrisörin, die sich angeboten hat, immer mal wieder kostenlos Hunde aus dem Tierheim zu frisieren. Und dann haben wir mal die beiden geschickt hier. Ja, die sahen nämlich ganz schön, ganz schön spackig aus mittlerweile. Ja, Floris und Fuat suchen halt auch noch einen zu Hause. Die beiden sind übrig geblieben, mittlerweile ganz schön groß geworden, logischerweise. Hahahaha! Ganz, ganz nette Wesen! Und vergeben unser Bestes, dass sie da ab und zu mal aus dem Zwinger kommen. Ein bisschen was erleben von der Welt. Aber natürlich haben wir einfach nicht so viel Zeit. Darum wäre es echt super schön. Die könnten jetzt Ende August dann final mal ausreisen. Und man sieht ihnen an, da ist Herdi drin. Und die werden auch noch ein Stückchen wachsen. Beide haben x Beine. Also nichts mit den Hüften oder den Knien, sondern x Beine. Da kann man halt noch auf Wachstum setzen, dass da noch was sich gerade wächst. Aber unter Umständen behalten sie das auch. Bist du auf Mäusejagd? Sind hier Mäuse unterwegs? Sind denn hier Mäuse unterwegs oder was? Ja, Floris und Fuat suchen noch. Ja.